Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Bei mir auf dem Kanal seht ihr immer die neuesten Vergleiche. Ein Farbsprühsystem ist ein unverzichtbares Werkzeug für Künstler, Handwerker und Heimwerker, die professionelle Ergebnisse erzielen möchten. Mit einem hochwertigen Farbsprühsystem kann man zudem schnell und gleichmäßig Farbe auf verschiedenen Oberflächen auftragen, sei es für kreative Kunstprojekte, Renovierungsarbeiten oder die Auffrischung von Möbeln. In diesem Video werden die sieben besten Farbsprühsysteme vorgestellt, die auf dem Markt erhältlich sind. Jedes dieser Systeme zeichnet sich durch seine herausragende Leistung, Benutzerfreundlichkeit und Qualität aus. Von tragbaren, handgehaltenen Modellen bis hin zu professionellen Sprühpistolen bieten diese Farbsprühsysteme eine breite Palette an Optionen für verschiedene Anwendungen und Budgets. Alle vorgestellten Produkte sind unten in der Videobeschreibung verlinkt. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und das Video zu liken. Aktiviert gerne die Glocke, damit ihr sofort benachrichtigt werdet, sobald ich ein neues Video hochlade. Lasst uns nun mit dem Video beginnen, also lehn dich zurück und viel Spaß mit dem heutigen Video. Der Wagner Control Pro 250 M ist ein hochwertiges Airless Farbspritzgerät, das speziell für den professionellen Einsatz entwickelt wurde. Mit seiner robusten Konstruktion und seiner fortschrittlichen Technologie bietet es eine hohe Leistung und Präzision bei der Farbauftragung. Das Modell arbeitet mit einem Airless-System, bei dem die Farbe unter hohem Druck durch eine Düse gepresst wird. Dadurch entsteht ein feiner Farbnebel, der eine gleichmäßige und glatte Oberfläche erzeugt. Das Gerät bietet eine maximale Spritzdruckregulierung von bis zu 110 Bar, was eine präzise Anpassung an die jeweiligen Anforderungen ermöglicht. Ein weiterer Vorteil ist seine einfache Handhabung. Es verfügt über ein benutzerfreundliches Bedienfeld mit intuitiven Einstellmöglichkeiten, sodass selbst Anfänger schnell mit dem Gerät vertraut werden können. Darüber hinaus ist das Spritzgerät mit einem 9 Meter langen Schlauch ausgestattet, der eine gute Reichweite und Flexibilität bietet. Insgesamt ist das Modell ein leistungsstarkes und zuverlässiges Airless Farbspritzgerät, das professionelle Ergebnisse liefert. Mit seiner hohen Spritzleistung, Präzision und Benutzerfreundlichkeit ist es ideal für Maler, Lackierer und andere professionelle Anwender, die eine effiziente und qualitativ hochwertige Farbauftragung benötigen. Dieses beeindruckende Gerät ist der ultimative Begleiter für alle DIY-Enthusiasten und Hobbykünstler, die ihr zu Hause in ein Meisterwerk verwandeln möchten. Mit dem System werden herkömmliche Farbpinsel und Roller überflüssig. Tauche ein in eine neue Dimension des Farbauftrags, bei dem du die Kontrolle über deine Kreation hast. Das Sprühsystem vereint innovative Technologie und Benutzerfreundlichkeit. Mit seinen leistungsstarken Düsen erzeugt es einen sanften Farbnebel, der sich gleichmäßig über die Oberfläche legt. Das Ergebnis? Ein professioneller Look, als wäre er vor deinem Experten gemalt worden. Dank des einzigartigen Sprühstrahls kannst du jede Ecke, Kante und Unebenheit spielend leicht erreichen und eine makellose Oberfläche schaffen. Die Bedienung ist ein Kinderspiel. Das intuitive Steuerungspanel ermöglicht es, die Sprühstärke und Muster nach deinen Vorstellungen anzupassen. Man hat die volle Kontrolle über deine Kreation, während das Gerät selbst für einen konstanten Farbfluss und eine gleichmäßige Abdeckung sorgt. Tauche ein in eine Welt voller Farben und Kreativität mit dem Bosch PFS 3000 2 Sprühsystem. Mit dem Sprühsystem wird das Auftragen von Farbe zum Kinderspiel. Egal ob du Wände, Möbel oder andere Oberflächen verschönern möchtest, dieses Gerät verwandelt deine Ideen in atemberaubende Kunstwerke. Die Handhabung des Sprühsystems ist denkbar einfach. Dank des ergonomischen Designs und des leichten Gewichts liegt das Gerät perfekt in der Hand und ermöglicht ein müheloses Arbeiten. Die Einstellungen für Sprühstärke und Muster sind intuitiv und leicht zugänglich, sodass du sofort loslegen kannst. Ein weiterer großer Vorteil ist die schnelle und einfache Reinigung des Sprühsystems. Mit dem EasyClean System von Bosch kann man das Gerät nach dem Gebrauch im Handumdrehen säubern. Das Sprühsystem ist dein treuer Begleiter für alle Heimwerkerprojekte. Egal ob du deine Räume neu gestalten, alte Möbel auffrischen oder DIY-Geschenke für deine Lieben kreieren möchtest, dieses Gerät macht den Prozess so einfach und spaßig wie nie zuvor. Der Wagner WG 590 Flexio ist ein vielseitiges Farbsprühsystem, das speziell für den Heimgebrauch entwickelt wurde. Mit diesem Gerät kannst du deine Malprojekte im Innen- und Außenbereich schnell und einfach umsetzen. Das Modell zeichnet sich durch seine Flexibilität aus. Es ist mit einer leistungsstarken Turbine ausgestattet, die eine kontinuierliche Farbzufuhr gewährleistet. Dadurch erzielst du eine gleichmäßige und professionelle Farbauftragung. Das System ermöglicht sowohl das Sprühen von wasserbasierten als auch lösemittelhaltigen Farben, Lacken und Lasuren. Die Bedienung ist denkbar einfach. Das Gerät verfügt bei ein benutzerfreundliches Bedienfeld, über das du die Sprühstärke und Muster nach deinen Wünschen anpassen kannst. Du kannst zwischen einem breiten Sprühstrahl für große Flächen und einem präzisen Sprühstrahl für Detailarbeiten wählen. Dadurch hast du die volle Kontrolle über dein Projekt und erzielst beeindruckende Ergebnisse. Das Modell ist ein zuverlässiges und nutzerfreundliches Farbsprühsystem, das sich perfekt für DIY-Projekte eignet. Egal ob du Wände streichen, Möbel renovieren oder andere kreative Projekte umsetzen möchtest, mit diesem Gerät erzielst du professionelle Ergebnisse wie ein Profi. Der Wagner W950 Flexio ist ein leistungsstarkes Farbsprühsystem, das für den anspruchsvollen Heimwerker entwickelt wurde. Mit diesem Gerät kannst du die größeren Malprojekte im Innen- und Außenbereich schnell und effizient bewältigen. Das Modell zeichnet sich durch seine hohe Sprühleistung aus. Dank der leistungsstarken Turbine kannst du Farben, Lacke und Lasuren mit einer hohen Geschwindigkeit und Präzision auftragen. Das Sprühsystem eignet sich ideal für größere Flächen wie Wände, Decken, Fassaden und Zäune. Die Bedienung ist einfach und komfortabel. Das Gerät verfügt über ein intuitives Bedienfeld, über das du die Sprühstärke und Muster individuell einstellen kannst. Du hast die Wahl zwischen einem breiten Sprühstrahl für großflächige Arbeiten und einem präzisen Sprühstrahl für Detailarbeiten. Damit erzielst du ein gleichmäßiges und professionelles Ergebnis. Auch das nächste Gerät ist ein leistungsstarkes und vielseitiges Farbsprühsystem, das speziell für Heimwerker und Hobbykünstler entwickelt wurde. Die Anwendung ist benutzerfreundlich und intuitiv. Mit den einstellbaren Sprühstärken und Mustern kannst du die Farbauftragung genau nach deinen Vorstellungen anpassen. Von breiten Sprühstrahlen für großflächige Arbeiten bis hin zu präzisen Sprühstrahlen für feine Details. Du hast die volle Kontrolle über dein Projekt. Ein weiteres Highlight ist seine einfache Reinigung. Das Sprühsystem verfügt über ein praktisches Reinigungssystem, das die Reinigung nach dem Gebrauch erleichtert. Dadurch sparst du Zeit und kannst dich voll und ganz auf dein nächstes Projekt konzentrieren. Das Modell ist ein zuverlässiges und leistungsstarkes Farbsprühsystem, das dir dabei hilft, deine kreativen Ideen mühelos umzusetzen. Mit seiner Vielseitigkeit und Benutzerfreundlichkeit ist es die perfekte Wahl für alle Heimwerker, die professionelle Ergebnisse erzielen möchten. Das letzte Modell ist ein vielseitiges und effizientes Werkzeug für Heimwerker und DIY-Enthusiasten. Mit diesem Gerät kannst du Farben, Lacke und Lasuren schnell und einfach auf verschiedene Oberflächen im Innen- und Außenbereich auftragen. Das PFS 2000 zeichnet sich durch seine gute Sprühleistung aus. Dank der leistungsstarken Turbine erzeugt das Sprühsystem einen gleichmäßigen Farbnebel, der eine professionelle und ansprechende Farbauftragung ermöglicht. Egal ob du Wände, Möbel, Zäune oder andere Objekte verschönern möchtest, mit diesem Sprühsystem erzielst du beeindruckende Ergebnisse. Die Handhabung ist einfach und benutzerfreundlich. Ein weiterer Vorteil ist seine einfache Reinigung. Das Sprühsystem ist mit dem Bosch SDS-System ausgestattet, das einen schnellen und unkomplizierten Farbbehälterwechsel ermöglicht. Dadurch kannst du verschiedene Farben oder Lacke problemlos nacheinander verwenden und das Gerät schnell für die Reinigung vorbereiten. Es ist zudem mit einem großen Farbbehälter ausgestattet, der ausreichend Kapazität bietet, um größere Projekte ohne Unterbrechung durchzuführen. Du kannst lange Sprühzeiten genießen, ohne den Behälter häufig nachfüllen zu müssen. Das war's mit dem heutigen Video der 7 besten Farbsprühsysteme. Die Links zu den jeweiligen Produkten findet ihr wie gewohnt in der Videobeschreibung, falls ihr mehr zu einem der Modelle wissen wollt. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich mal ein Like freuen und bin auf eure Kommentare sehr gespannt. Abonniert gerne auch den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr kein weiteres Video mehr verpasst. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal.